Hallo miteinander, wenn ich an den Tag der Begegnung denke, dann bin ich auf der einen Seite recht wehmütig, fast traurig, dass sowas gerade nicht stattfinden darf, sowas abgefahren, vielseitig, universell ist, mit so vielen krassen Aktionen und tollen Menschen auf einem Fleck an einem Tag. Und auf der anderen Seite bin ich sehr dankbar, dass ich sowas schon erleben durfte und zehre von der schönen Erinnerung an den Tag der Begegnung. Der Tag der Begegnung am 11. Juni 2022 wird aus meiner Perspektive ein wirklich lieblicher Tag der Begegnung. Weil wir sind auf der einen Seite, glaube ich, die privilegierteste Generation, die jemals gelebt hat und gleichzeitig auch, denke ich, haben wir eine Mentalität des Jammerns und Meckerns. Oder ich erlebe oft, dass viel geklagt wird, ohne wirklich zu leiden, statt zum Beispiel zu nehmen an denen, die gar nicht klagen, obwohl sie viel leiden. Und ich denke, deshalb dürfen wir das wirkliche Begegnen, das wahrhaftige Begegnen wieder ganz neu zu schätzen wissen, nachdem wir so lange darauf verzichtet haben. Und deswegen wird, glaube ich, der Tag der Begegnung 2022 am 11. Juni ein ganz, ganz besonderer, auf den ich mich freue. An diesem Tag der Begegnung am 8. Juni, habe ich richtig gelesen, ergibt es von meiner Seite eine Art lyrisch-interaktive Symbiose zusammen mit der ARD-Moderatorin Claudia Kleinert. Und zwar gibt es Text Happen aus meinem Buch »Steh auf, Mensch«, kein Resilienz-Ratgeber, was uns stark macht, wo es natürlich Dinge zu lesen gibt oder wo wir etwas davon hören, über Klassiker wie Hoffnung, Dankbarkeit und Glaube, aber auch vermeintlich noch unbekannte Dinge oder nicht so populäre Dinge wie Disziplin, Langmut, Sanftmut, die Fähigkeit loszulassen. Und ich freue mich auf den Austausch und möglichst viele Menschen. Bis dahin, liebe Grüße.